Baby Puppen Hallo, Emily und ich wollen einen leckeren Salat machen. Zuerst müssen wir unsere Zutaten gut waschen. Zuerst isst du deinen Salat. Ein bisschen Salz. Wo ist das Olivenöl? Ja, wo ist das Olivenöl? Ich muss nur noch ein wenig merkwürdig sein. Olivenöl! Wenn, dann zurück. Emily, was hast du denn? Aufweia! Hast du alle Bonbons gegessen? Wir müssen zum Zahnarzt. Kommen Sie rein. Hallo, Frau Doktor. Emily hat Zahnweh. Warten Sie bitte draußen. Ich untersuche die Kleine. Mach den Mund auf. Emily, aber du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich zeige dir an Dr. Wackelzahn, was ich machen werde. Ah. Er hat ein Loch. Er hat ein Loch. Er bekommt eine Füllung. Damit die Füllung schneller trocknet, benutze ich ultraviolettes Licht. Das geht schnell und tut nicht weh. Keine Angst, Emily. Und jetzt die Füllung. Emily, alles okay? Tut's noch weh? Danke, Frau Doktor. Tschüss. Vergesst nicht, zweimal am Tag Zähne zu putzen. Tschüss.